Hallo, mein Name ist Tobias Neumeier. Ich bin 34 Jahre jung, komme aus dem Raum Stuttgart bei Schormdorf und bin gelernter Maschinenbaumechaniker. Ich habe mehrere Jahre darauf gearbeitet und habe mich dann aber überarbeitet. Das heißt, ich habe immer mehr Anforderungen bekommen. Mir wurde immer mehr Druck ausgeübt. Auf mich wurde immer mehr Druck ausgeübt und was dann dazu führte, dass ich schlussendlich kurz vorm Burnout stand. Und das muss man sich mal überlegen. Das mit 33 gibt schönere Dinge. Und dann war ich natürlich auf der Suche nach einer Lösung dafür. Wie komme ich raus? Was gibt es für Möglichkeiten? Was kann ich tun? Was gibt es für mich persönlich, für mein Leben? Was ist meine Lösung? Und dann habe ich mich mit einer Freundin mal ausgetauscht, telefonisch, habe mit ihr darüber gesprochen, was macht sie, was mache ich. Sie hat mir Fragen gestellt und ich habe ihr gesagt, wie es mir geht, wie es mir momentan geht, meine aktuelle Situation geschildert und daraufhin sagte sie, oh, Tobias, pass auf, pass auf, eventuell habe ich dir eine Lösung für dein Problem. Schau dir die Information an, die ich dir zukommen lasse, in Ruhe, in einer ruhigen Zeit. Nehm dir die Zeit dafür und danach können wir uns gerne nochmal austauschen. Bin gespannt auf dein Feedback. Ja, habe ich gemacht. Ich habe dann mir die Unterlagen ganz genau, die Informationen genau angeschaut und was ich da gesehen habe, ich dachte, wenn nur 10% wahr sind, dann ist das meine Lösung. Ja, ich habe sie sofort angerufen, habe den Telefonhörer in die Hand genommen, habe sofort angerufen, habe noch ein paar Fragen gehabt, die sie mir zu 100% beantworten konnte und ich muss heute sagen, ganz ehrlich, ich bin begeistert, ich bin dankbar für dieses Telefonat und ich brenne dafür und Leute, wenn ihr vielleicht auch dazugehört zu den Menschen, die eine Lösung für sich suchen, ja, mehr Zeit mit der Familie, mehr Geld für Urlaub, mehr Zeit mit Freunden, finanzielle Aufbesserung, ja, dann, dann schaut die Unterlagen an, schaut die Informationen an, es könnte auch euer Leben gehörig extrem verbessern. Ich wünsche euch in dem Sinn, in diesem Sinne, alles Gute und die gute und die beste Entscheidung eures Lebens. Euer Tobi. Ciao!